Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Juhu! Ja, ich lebe noch. Sehr viel zu tun, sehr viel zu tun, aber es ist auch viel am Laufen, äh, YouTube-mäßig, ja. Ihr wisst ja, dass ich, was YouTube angeht, ziemlich chaotisch bin und ganz viele Projekte immer auf einmal gerne machen würde. Aber das geht überhaupt gar nicht, gar nicht mehr. Deswegen stockt es jetzt auch so arg. Theoretisch hätte ich Zeit für irgendeinen, wenn ich meinen Kram richtig erordnen würde, den YouTube-Kram. Hätte ich Zeit, aber ich mache immer alles so ein bisschen weiter, das sind alles Riesendinger und da werde ich nicht fertig. Deswegen habe ich mich jetzt fokussiert und mache jetzt ein Projekt nach dem anderen und nicht mehr alles zusammen. Ich denke morgen, wenn ich morgen Abend von der Arbeit heim komme, kann ich mein aktuelles Projekt fertig machen. Und es wird wahrscheinlich drei Teile, die werde ich dann hochladen, direkt dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder so. Da konnte ich vorhin schon schön dran rumwerkeln und es sollte jetzt auch bald fertig werden. Community-abendmäßig werde ich einfach auch jetzt schon mal kurz drauf eingehen. Nächste Woche Dienstag ist wahrscheinlich Zeit, dass ich mir kurz meinen Kalender holen. Hm, ähm, das ist dann der 31. Da ist vielleicht Zeit. Das muss ich ja noch abklären, bis Sonntag weiß ich das und dann werde ich euch das verklickern. Wir spielen dann dieses eine kostenlose Spiel, weil dann endlich jeder mitmachen kann. Man kann sich einfach laden, Blacklight Retribution oder sowas. Blacklight, ey, bist du bereit? Ihr könnt euch jetzt schon mal laden, falls wir nächste Woche dann nicht spielen, halt die Woche drauf. Am nächsten Community-Abend wird auf jeden Fall Blacklight Bums gespielt, ich hab mir schon geladen. Und weh, das ist nicht cool, Bums ist ein Genie. Also haltet noch ein wenig durch, ja, Community-Abend kommt bald, Videos kommen. Morgen, wie gesagt, morgen mach ich's fertig, übermorgen, ich lass den direkt über die Nacht hoch. Also das sollte kein Problem sein. Vielen Dank, dass ihr so lange durchhaltet. Also dann macht's gut, gell, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sollte man mich favorisieren, Daumen hoch geben.